So, ja, erstmal begrüße ich zurück in unserem kleinen Turnier von dem guten Shepard-Schein und mir, wo es jetzt quasi in die nächste Runde geht und jetzt mein Erz-Rivine quasi auf Penfinder. Da will ich aber vorerst nochmal gucken, ob meine Leute alle frisch sind. Ja, bis auf Seneca, der hat keinen Bock mehr. Negros, der ist ganz entspannt. Und der Rest, naja, spielt sich ein bisschen an Eier. Also kannst du nur losgehen. Versiegen gegen Frankreich, gegen die ganzen Jacques. Jacques. So, Kopf oder Adler, Kopf oder Adler, Kopf oder Adler. Nehmen wir den Adler. Causey where the Eagles fly. Na siehst du, hat schon wieder geklappt. Nehmen wir den Ball oder... Komm, wir haben den Scheißball, mir ist scheißegal, wo ich den rein knalle. So. Ich sagte, wo ich den rein knalle, nicht du mir. Schön den Franzosen um mich schossen. Alter, bin die noch ins Aus? Long Ball, deine Oda hat einen Long Ball. Wie fielst du denn hin? Da sollst du nicht hinschießen. Danke. Oh, wieso gibst du den denn ab? Spasti, gib mir mal einen neuen Spieler. Oh, Mann, ey. Mach doch mal her hier. Zack. Oh, nein! Hab ich noch schon gehabt, ich Idiot. Oh, genau. Quasi so gefährlich wie ein Rattenschiss. Meiner. Meiner. Ich sagte, meiner! Jawoll! Rocker! Hat einen quasi diesmal nicht nur angehabt. Re-Re-Re-Re-Re-Replay. Weiß ich gerade gar nicht. Komm her, du! Gib mir! Gib mir! Danke. Und! Oh! Hat er! Hat er! Hat nicht ganz seinen Sohn. Gib mir! Hä? Okay. Repeat. War nicht so ganz das, was ich wollte. Kann man auch mal machen. Spielt man halt auch sehr sicher. Und! Alter, so muss man auch erst mal schießen können. Ach, nein! Jetzt den Ball abgehe und nicht aufs Tor köpfen. Dass er eh nichts bringt. Gucken, Klaas. Good header! Oh, gut verheddert wohl eher. Oh, gut verheddert wohl eher. Oh, drüber! Oh, wunderbar! Ja! Ja. Hab ich als Kind sehr, sehr oft hinbekommen. In diesen scheiß Weltmeisterschaften. Alter, was war das denn? Quasi selbst vorgelegt. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr... Oh, danke. Oh, oder auch nicht. Nein, no foul. Mann, ey! Viel zu weit. 1 zu 0 reicht mir nicht. Not enough. Müsste an sich abfallen. So eine Rape-Version. Jawoll! Oh nein! Oh nein! Wurde gerade Gretchen, den Moment schiebt er mit dem Ball ab. Ah, Mann! Brauchst den Ball doch eh nicht. Hib ihn doch einfach her. Leck mich mal. Sag, der leck mich mal. Ja, natürlich. Ja, Free Kick in die Fresse. Dangerous. Ja, gute Ladung. Gib mir! Sag, der mir! Ach! Pff! Pff! Sag, warum? Danke. Sehr schön. Wichser. Kacke Franzosen. Weiter. Das war jetzt nicht so gut, dass man das jetzt unbedingt... Boah. Daum, daum, daum. Fällen mir immer die, äh... Oder Mord-Mord-Mord-Rater-Sprüche ein von... ...die alten FIFA-Engern von 99. Ah, fuck, man! Reden und spielen kann ich nicht. Von, äh, FIFA 9... Ja, quasi. Mit Wolf-Dieter... Wurstmann... Ja, und, äh, Werner Hansch. Hier von 99, war das, glaube. Von wegen, äh, der Ball... G-g-g-g-ging in die Annalen ein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht in die Annalen. Ja. Mann, gib mir doch... ...einfach diesen Scheiß-Ball. Danke. Was hat der so jetzt in mir geben? Weg damit. Stirb! Ich sagte, stirb verdammt nochmal! Oh, nein! Oh! Das habt ihr gar nicht verdient! Warum? Weil ihr so hässlich seid. HALFTIME! HALFTIME! HAHA! Quasi fast... Mit der, mit der letzten Parade gegen Riffin. Ja. Ja. Hätte nachschießen können. Abgewehrt, quasi. So. Schauen wir mal. Aleo. Quasi er pfeift aus meinem letzten Loch. Auf den Torjahr rein. Oh Gott, du hast ein Tor geschossen. Reicht aber dann auch. Und dann mal gucken, weil was noch geht. So. Ins Gesicht. Mann! Hm. Habt ihr gar nicht verdient. Habt ihr gar nicht verdient. Ich sagte nicht verdient. Oh, fuck. Oh, nein! Oh, Mann, ey! Alter! Weg damit! Danke! Oh, das gibt's doch nicht! Danke! Oh, wieder beim Thema, wir haben einen freien Raum gesucht und gefunden. Oh! Oh! Code Kick. Ne. Neverending Story. Geht's doch nicht! Gib mir! Deine Mutter ist ein Good Charge! Fick dich! Verkackten... Heckenpenner! Ah, genau! Oh, wie gerne würde ich dich so wegledern! Hehehe, ich weiß, dass ich das kann! Good Charge! Leichter! Ah, genau! Wie gerne würde ich dich so wegledern! Hehehe, ich weiß, dass ich das kann! Ohh! Du bleib! Du bleib bohr! Danke! Natürlich, ganz trockene Urme suppose heran! Louis Define is auch dabei! Haha! Ja, ja. Oh! Deine Mutter ist ein Doddy-Play-Ref. Hallo? Ich hab mit... ...wenn ich mich auf Flanke gedrückt habe... ...und macht'n passend miser ende Hacke. Den-den-den-den-den-den-den-den... Den-den-den-den-din-den Nooo. Den-den-den-den-den-den-den den-den-den Oh, schön davor stehen geblieben. Gret' ich ihn jetzt um? Ich weiß nicht. Dankeschön, der war so schön. Der hat mich auch innerlich leicht befriedigt. Oh! Das war übrigens meine Hüfte. Vietnam. Schon wie bei Hot Shots. Oh, du bist so hässlich! Mach das schon wieder! Danke. Äh, da. Oh, Alter. Hatta. Hatta. Mach weiter. Gibt's doch nicht! Oh, ne. Ja, aber richtig. Oh, angeschossen, er bleibt lieb. Stirb! Keiner da. Oh, der war natürlich nice! Oh, der fände. Hm. War dann übrigens der Head-Trick. Tada! Jeder andere Spieler hätte genauer rausgezogen. Haha, natürlich. Hätte vielleicht noch einen lustigen Hut dazu getragen. Der war aber schön. Eben. Jetzt kann ich aber jetzt richtig mit Faulen anfangen. Oh, nein! Sagt er. Faulen. Anfangen. Oh, Alter. Sehr schön. Ja. So. 25 Schüsse aufs Tor. Ich habe eine Ecke nur gehabt. Die hat ein paar mehr Freistöße. Ja, sogar zwei Ecken. Vielleicht auch, weil sie hässlich sind. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall. Schön weggeledert, die Penner. Mit Head-Trick. So, damit übergebe ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tor. Immer. Wenn auch. Das ist das.